Hallo zusammen! Wie versprochen, mache ich weiter. Und diesmal nehmen wir uns den Herrschaftsmodus vor. Drei zu kontrollierende Ringe, Punkte durch kontrollierte Ringe, halten bis zu zehn Spieler. Gut, jeder gegen jeden habe ich das erste Mal hergezeigt, darum zeige ich es jetzt nicht noch einmal. Darum schauen wir uns einmal das Herrschaftsspiel an. Und ich glaube der Modus, der heißt bei vielen Spielen Domination. Wenn ich mich jetzt nicht irre, nur halt auf Gears of War haben sie halt einen anderen Namen dafür verwendet. Und schauen wir mal, wie wir uns da durchschlagen. Aber ich glaube es wird wieder witzig werden. Ich muss sagen, der letzte Modus hat mir so gut gefallen. Auch das einfach das Unbeschwerliche. Du gehst durch, ganz verschiedene Klassen nehmen, überhaupt wenn du Loco spielst. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Okay. Achtet auf meine Fallgarnate! Ich weiß gar nicht, welchen Team ich jetzt bin. Ich schätze mal den Rot. Das sagt eigentlich meine Farbe eh schon ein bisschen aus, ja. Aber ich habe sehr viele Bots drinnen. Ob das jetzt nicht... Okay, den habe ich erwischt. Den auch. Ach... Jawohl! Siehst du mich nicht? Doch! Du bist viel zu hässlich wie diese Welt. Ja, sag ich auch. Warte. Ich steige mich einmal ganz sanft an. Richtig. Wir warten, dass jetzt der vorbeigezischt ist. Gehen wir jetzt Richtung dritten Ring. Okay. Da oben ist irgendetwas. Wir nehmen den Ring ein! Ziel erobert! Okay, dann ist dafür wieder ein anderer weg. Okay. Okay, da knallt irgendwer rum. Okay, da sind viele blaue Mitglieder. Das ist jetzt unser Ring! Ich hoffe! Okay, wo ist denn der letzte jetzt? Okay, da gibt es Streitigkeiten. Okay. 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 Jetzt hat es mich zerrissen. Jetzt kann ich mich an den Arm püschen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte man da erreichen muss. Aber ich glaube, die anderen haben zwei Barsen und das ist natürlich schlecht. nicht die zugeklungen. Ich habe keine Ahnung. Der sagt uns selbst das Geräusch auch schon. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ja, wir haben gewonnen. Ah, wir haben die Spieler dazukriegt, sonst hätte es, glaube ich, nicht so gut ausgeschaut. Jawohl. Ah, das freut mich. Yeah. Ich zeige euch jetzt kein Profi-Gameplay, das möchte ich jetzt von vorhin sagen, auch wenn wir jetzt neue dazu schalten sollten. Das ist rein nur Amateur-Just-for-Farm-Gameplay. Also ich erwarte mir da gar nichts, dass ich Erster bin oder nicht. Das ist mir eigentlich egal, ich will da nur Spaß haben. Einfach ein bisschen skillen oder gekillt werden, egal wie. Es soll nur mit Spaß verbunden sein. Okay, diesmal bin ich in Team Blau anscheinend. Okay, ich muss mich erst ein bisschen orientieren in der Map. Mal schauen, wo die dann herkommen. Keine blassen Schimmer. Okay, um die Ecke hat er trotzdem getroffen. Mal schauen, wir mal. Jawohl. Zwei Seiten ist doch ein bisschen zu viel, oder? Jawohl Verdammt Ich bin vollkommen hängern geblieben Ich muss unbedingt mehr Basen rein Oh ja Hey, mehr gewinnen Hehehe Zweig im Anflug Jawohl Er hat mich erwischt Diesmal schaut es nicht so rosig aus Diesmal sind wir in einen Rückstand geraten Schauen Auf geht's Super gemacht Wollt ihr euch mit einem Hammer beim Rütten sein? Wollt ihr euch mit einem Hammer der Magenrütte sein? Komm schon Kacke, ein bisschen umüberdacht gewesen, umdurchdacht, das ist ausgelöst. Jawohl! Weg hier! Könnte etwas Hilfe brauchen! Verdammt! Wir haben fast wieder alles aufgeholt. Das ist ich! Das ist echt mit! Kacke! Ja! 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 Ich zähle die Kills da auch irgendwie dazu. Ja! 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 Wie wird das Forum geötet? Ja! 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 Kacke! Jetzt gelingt mir gar nichts mehr. Den habe ich überhaupt nicht sehen gehabt. Warum kriegen die auf einmal so viele Punkte? Ich sehe leider nicht, wieviel Ringe wir haben. Achtung, Garnate! Okay, hinten versteckt. Wir haben das relativ gut im Griff, das Ganze. Vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht. Doch, hemmt dich gern! Könnte etwas Hilfe brauchen! Oh, was ist denn das für Töne? Achtung, Garnate! Verdammt! Manche können das schon wirklich gut. Wir geben alle unser Bestes, aber diesmal fürchte ich würde es eine Niederlage geben. Garnate! Das sollte ein Witz sein! Nicht lustig, oder? Nein! Kacke! Da unten kann man sich auch verstecken. Na super. Na wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Ja, ich kenne mich auch. Ja, ich kenne mich auch. Ja, ich kenne mich auch. Jawohl! Pass doch auf! Garnate! 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 Ach, ich habe sie sucht. Aber die sind besser eingespielt. Könnte etwas Hilfe brauchen! Der nächste! Fingere zu neun! Okay, irgendwann hat er ein Sniper. Aber du... das Toil war trotzdem lustig. Aber wir kommen da nicht mehr richtig ran. Ich glaube, das ist zu wenig. Schade. War eine Niederlage. Aber wir haben ein Bestes gegeben. So schlecht war ich jetzt auch nicht von den Punkten.